Die sparsamsten Autos mit V8 Motor. Viele von euch haben sich dieses Video gewünscht und hier ist es. Einige denken sich jetzt wahrscheinlich, ist er bescheuert? V8? Und sparsam? Das geht auch nicht. Aber naja, ich habe euch versucht einen guten Mix von Autos zusammenzustellen. Wenn ihr glaubt, dass ich ein Auto vergessen habe, das unbedingt auf diese Liste gehört oder ihr Videovorschläge habt, schreibt mir diese bitte in die Kommentare, liked das Video, wenn euch dieses Format gefällt und checkt mein Instagram in der Beschreibung, damit ihr immer up to date bleibt. Los geht's mit dem Video. Mercedes-Benz W221 S450 CDI. Das günstigste Auto auf dieser Liste ist die letzte S-Klassengeneration, die mit einem Biturbo Diesel V8 Aggregat von 2006 bis 2010 gebaut wurde. Dieser Motor kam zuerst in der W220 S-Klasse zum Einsatz. Da leistete er aber nur 250 PS und 560 Nm Drehmoment. Für die W221 S-Klasse wurde die Leistung auf 320 PS, welche schon bei 3600 Umdrehungen die Minute anliegen und 730 Nm Drehmoment erhöht. Dieser Diesel V8 verbraucht innerorts 13 Liter auf 100 km, außerorts 7,2 Liter auf 100 km, kombiniert 9,4 Liter auf 100 km, ist bei 250 km abgeregelt und beschleunigt in 6,6 Sekunden auf 100 km. BMW G30 M550i X-Drive. Die größte Nicht-M Version des aktuellen Fünferes kommt an sich mit dem gleichen Grundmotor wie der M5, aber mit schlechteren Turbos, wodurch er nur 462 PS und 650 Nm Drehmoment leistet. Man kann ihn aber natürlich ganz easy auf über 500 PS chippen. Dieser Fünfer verbraucht innerorts 12,7 Liter auf 100 km, außerorts 6,8 Liter auf 100 km, kombiniert 8,9 Liter auf 100 km, ist bei 250 km abgeregelt und knackt die 100 km-Marke in 4 Sekunden. Porsche Panamera 4S Diesel Das sparsamste Auto auf dieser Liste ist die Dieselversion des aktuellen Panameras, die im August 2017 eingestellt wurde, da Porsche sich dazu entschlossen hatte, keine Fahrzeuge mit Dieselmotor mehr herzustellen. Innerorts verbraucht dieser Porsche 7,9 Liter auf 100 km, außerorts 5,8 Liter auf 100 km und kombiniert 6,7 Liter auf 100 km, hat eine V-Max von 285 km und beschleunigt in 4,3 Sekunden auf 100 km. Lexus LS 600 H Diese Oberklassenlimousine von Lexus hat nicht, wie der Name vielleicht vermuten lässt, einen 12-Zylinder unter der Haube, sondern einen Sauger-V8, der mit der Unterstützung eines E-Motors eine Systemleistung von 445 PS erzielt. Der Verbrauch liegt innerorts bei 10,5 Litern auf 100 km, außerorts bei 7,5 Litern auf 100 km, kombiniert sind das dann 8,6 Liter auf 100 km. Dieser Hybrid ist bei 250 km abgeregelt und beschleunigt in 6,1 Sekunden auf 100 km. Mercedes-Benz C217 S560 Coupé Der Nachfolger der CL-Klasse kommt als 560er nicht mit nur irgendeinem V8-Motor unter der Haube, sondern mit einem getarnten AMG V8, der beispielsweise auch im C63 verbaut wurde. Deshalb könnt ihr diese S-Klasse auch ganz easy ein Chip-Tuning verpassen und aus ihr eine ordentliche Mehrleistung herausholen. Im Serienzustand verbraucht dieser S560 innerorts 11 Liter auf 100 km, außerorts 6,3 Liter auf 100 km und kombiniert sind das dann 8 Liter auf 100 km. Er ist wie zu erwarten bei 250 km abgeregelt. Gute 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 Gute